1 Prozent der Luft. Du hast gegen jemanden extrem guten gespielt, aber der ist jetzt noch besser, Bram. Die Gegner sind im Durchschnitt besser, aber dein direkter Gegner ist ein bisschen schwächer. Aber du hast wieder leider nicht das beste Match-Up. Ja, aber ganz ehrlich, Meister wird man ja auch, also Diamanten entstehen unter Druck. Ganz genau, das ist das richtige Mindset. Die Sex Hotel Story ist ein Banger. Oh, nicht die Sex Hotel Story, bitte. Was hast du für einen schlimmen Chat? Ja, die kennen euch wohl. Oh Gott, nicht die Sex Hotel Story. Aber was ist da jetzt gewesen? Also da war ich auch wieder, da waren die Leute low und ich bin quasi im Krankenschwester-Outfit zu ihnen hin. Das ist eine lange Story eigentlich. Also wir waren in Korea. Ja, wir haben ja eine Menge Zeit noch. Wir waren in Korea für einen Monat, Agorin, Freddy und ich. Also im Echt-Korea, oder ist das jetzt gerade im Spiel? Nein, in Korea. Also örtlich in Korea, physisch. Weil die haben den besten Server, da sind praktisch die besten Spieler der Welt, sind aus Korea. Und dann haben wir uns dann ein Hotel gebucht, weil wir nach Busan gefahren sind von Seoul aus, weil das fettes E-Sports Event war. Und dann wurde das Hotel gebucht von einer Person, die nicht ganz auf die Website geachtet hat wahrscheinlich. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Und dann waren wir da, waren die Nacht davor durchgemacht, sie dann mit dem Zug hin, waren komplett übermüdet und dann haben die uns erstmal gesagt an der Rezeption, ja, Einlass oder beziehungsweise Check-In ist erst 22 Uhr. Und wir so, hm, was heißt das jetzt? Keine Ahnung, sind wir in den Strand gegangen, haben da gechillt, ein paar Stunden und sogar am Strand geschlafen, dann ewig müde. Irgendwann zum Hotel gegangen und dann hat sich herausgestellt, dass auf den Zimmern auch diverse Sachen in den Schubladen waren und Automaten auf den Gängen, wo man sich mit rumholen konnte und so. Und das Klientee waren auch sehr viele junge Pärchen. Ja, ja. Und ihr wart in einer Gruppe. Wir waren die drei Boys. Das ist auch so lustig, wenn wir uns einmal mit einem Uber haben abholen lassen vor dem Ding. Und der hat uns halt angeschaut. Das war so lustig. Und die hatten auch Mitleid mit uns, weil die verstanden haben, dass wir keine Ahnung haben, was wir da tun. Ich. Mit Touristen. Das war verrückt. Das ist einfach so, so Loop-Dispenser auf den Zimmern und so Zeug hatten die da. Algorin dachte halt, wir sparen Geld, aber in der Welt stimmt nicht bezahlen. Algorin hat gedacht, er hat uns ein richtig tolles Hotel gebucht. Nein, er hat gedacht, wir sparen Geld. Nein, 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 nein. Nein, er dachte, wir sparen Geld. Nein, er wollte uns was Schönes buchen, weil es war nämlich gar nicht toll. Gar nicht günstig. Ja, eben, weil es für Stunden bezahlt wurde. Ja, weil es für Stunden bezahlt wurde. Ja, weil du für Stunden bezahlst, genau. Und das ist euch, das ist nicht sass gewesen, dass ihr im Durchschnitt buchen die Leute zwei Stunden. Mann, ich habe die scheiß Züge gebucht. Freddy war am Koma. Ihr habt es nicht gebucht. Ich hatte zwei Stunden, aber wie eine Woche. Also, wir waren auch richtig weit weg von der Arena. Das war richtig, das war schon sehr mies gebucht. Ja. Aber es ist doch eine schöne Geschichte. Wie wir geschlafen haben in der Rezeption und ein Pärchen nach dem anderen beschämt hat uns vorbeigelaufen ist. Wir haben hier dann mit unserem ganzen Gepäck einfach in der Rezeption gelegen. Oh, Klaus. Und ich habe noch nichts. Also, man muss sagen, auf Korea erinnert man sich an vieles, aber das will die Story sein, wenn man sich immer erinnert. Also, eigentlich war es das Wichtigste. Ja. Und wenn der Icing on the Cake ist, ich weiß nicht, ob du Felker kennst zum Beispiel, aber ein Kumpel von uns oder ein damaliger, nicht wirklich Kumpel, ein paar Bekannte von uns da, haben dann Felker gesehen. Und die haben ihn nur gesehen, weil die in dem richtigen und hell waren, das neben der Venue war. Und wir haben Felker verpasst. Aber die ganze Nacht schlafen. Aber es war auch noch schlimmer, weil er hat uns sogar gefragt, ob wir mit ihm mitgehen wollen an dem Abend. Und er hat ihn an dem Abend gesehen. Und wir waren zu müde. Wir haben gesagt, nee, wir sind zu fertig. Und dann hat er ihn ja auf der Straße da angest. Wir haben geschlafen, die haben zu laut gestöhnt. Die Geräuschkulisse in dem Hotel war so furchtbar. Das haben wir mitgemacht haben, so ein Event. Ich weiß nicht, was die da alle gemacht haben, aber da war irgendwie... Das ist schon once in a lifetime, so ein Ding. Also, das ist irgendwie schon was Besonderes. Also, jetzt im Nachhinein. Das ist irgendwie lustig. Darlow, ich glaube, das blicken die. Ich bin mit, nein, nein. Niemals. Niemals. Nee, nee, das hat er davor auch schon gemacht. Das ist ein sicherer Move. Das ist ein sicherer Move. Ja, die blicken das drüber. Also, ihr wisst, dass die Kindred kommt sein müsste gerade, ne? Warum haben die das gecheckt? Ich war... Ich habe mich gut präsentiert, fand ich. Das Gefühl, hier gibt es ja gar nicht so kacke. Ich habe das Gefühl, wir werden euch gegankt. Nee, aber ich bin ja auch da. Ihr seid sicher. In Behind Me. Das will ich nicht überleben, oder? Oh, nee, nicht ganz. Du kannst theoretisch die Kindred blinden, dann kann sie dich nicht angreifen, ne? Ja, aber hätte mir nichts geholfen bei ihrer Fähigkeit. Leider helfen? Ja. Wie ist sowieso so sein? Können wir nicht mehr, ne? Oh, aber ich glaube, ich kann auch gelegern, dann kam die Kinder. War eigentlich ja sehr, sehr gut. Wenigstens hat die Kinder den Kilgen kriegt, die wollte ich hier gerade den Pisser. Ja, ich gehe die ganze Zeit. Nice, Dalo, richtig gut von dir. Richtig gut. Richtig nice. Perfekt. Aber auf den zu loben. Das war fucking gut. Nein. Okay. Ich würde basen wollen, wie du auch bist. Ich spiele wieder, wenn du kannst. Oh, ja, ist ja geshared. Genau. Ist das schlechter, wenn ich den mit dir share? Weil es das Kennen so viel Geld gibt, oder? Ne, alles egal. Es ist tatsächlich komplett egal. Also bei mir, ich kriege ja immer nur 20. Aber wenn du den Solo gekillt hast, weiß ich nicht, ob du mehr für den Kennen kriegst. Ne. Ich glaube, es ist besser, den Kennen-Minion zu sharen, wenn du pushen möchtest. Genau. Weil du minimal schneller pushst. Okay, verstehe. Geht doch, danke. Ja. Ja. Wir haben nur einen Gubi genommen, ne? Wir haben zwei Gubis genommen. Weil weißt du das? Weil ich hingeguckt habe, ich war da, physisch. Was da? Okay, habe ich mitbekommen. Wollte ich nur testen. Also ziemlich sicher. Außer der eine Gubi hat sich auch nicht gefolgt. Aber, ja. Mach ich mal den einen Gubi, der noch über ist. Wärts sehr lustig, wenn auch zwei da sind. Ne. Sind die dann zu low, wenn die halb sind, weil der Turm die finishen würde? Ja, ne? Genau, ja. Ach du Scheiße, dass mich das noch so slowt. Sind die überhaupt Magier dabei? Ne, scheiße, doch. Da bin ich wieder, Bröki. Die haben keinen Schimmer. Der Sneaky, der Sneaky. Dass ich da war. Warum sagst du, wie hat der da rüber war mit dem Scher? Die wissen nicht. Ihnen könnte jeder sein. Woher wussten die das schon wieder? Ja, der Kittel müsste jetzt hier sein. Ja, ich weiß, deswegen stehe ich auch die ganzen neben vorne, ne? Weil die das da irgendwo am abschnecken ist. Oh, nein. Oh, die pushen, oder? Die kommen doch hier offensiv rein. Kann gerade noch nichts tun. Komm zu euch bot, ich kann zu euch bot. Ich kann zu euch runterkommen. Okay, bot lane. Daak. Hast du, ne? So, kürzer, ja. Die Kittel ist jetzt Mitte. Du hast die Kittel gesehen, du kannst die Kittel wahrscheinlich töten. Wollen wir sie anfangen? Äh, welches, welches Item soll ich im Niko zuerst tun? Ich habe immer Stormsearch gemacht, aber es ist es nicht, oder? Ähm, Proto-Belt, glaube ich. Nein, ich droppe da für nichts, ich gehe bitte. Hast du was anderes? Ja, Rocket-Belt, Proto-Belt. Gibt es da noch keine valide Option sonst? Ich hasse Proto-Belt. Shadow-Clam ist die andere Option. Du brauchst nicht Stormsearch, du brauchst irgendwie das... Ja, ja, ich vergesse halt Proto-Belt so oft zu nutzen, weshalb ich das Item nicht so wertvoll bei mir sehe. Ja, ja, du kannst, wie gesagt, du kannst einfach Shadow-Flame bauen. Komm schon, bitte. Ich versuche dem Mathe-Mann noch schnell zu helfen. Hab ich seine Mutter letzte Nacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann die Baten, indem ich mit deiner Low-Hab hier vorgehe. Ja, 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 ja. Das ist cool. Aber wir brauchen dann unseren hier... Mitlaner brauchen wir dann. Ja. Ob der kommt oder nicht. Die pushen hier. Die kommen, die kommen. Ich komme, ich komme. Moving, moving. Ich bin around. Ihr wisst nicht, wer es ist. Das hat komplett geklappt. wir sagen nur dass du den finischen kannst okay let's go haben wir einen stand hier guck mal da hat der low hp jungle bay doch geklappt exzellent das ist schon winzig ich finde das für nico schon sehr gut der hat actually for real geklappt ja for real for real oder nur for real ne wirklich for real for real hinterhergelaufen auf einmal wurde sie gestunnt muss er da sperren bei mir das emote weil das nur gespammt wird ja warum ist das so schlimm ich liebe platt aber sobald dieses immer da ist habe ich kein chat mehr ein bisschen zu spät zur party der party ist auch ein zeitloser klassiker das ist ein zeitloser klassiker die fans böse alles ja ja interessant dass wir dürfen weißt du wohnen hier war topseite bei braun die 13 base dadurch glaube ich würde noch mal eben nehmen wir spielen vorsichter die sind da die kindred hat es hat die den scuttler nicht den scuttler die fette den fetten frosch grad bei uns gemacht oder ist der schon länger markiert das ist die markierung von mir gewesen als ich in kindred praktisch die übernommen habe die macht gerade das hier macht ihr ich habe gerade gewicht verloren ich komme ich glaube da ist aber gar nicht kommt ja auch ab einer ist eine maschine glaube ich ja immer noch ich war super weit weg sie ist glück geblieben richtig dankeschön das war oder das kommt von hinten wo schon irgendwo wenn ich kann ich verbrauchte 10 sekunden und gut wo wir nicht helfen ich habe einen bekommen ist alles gut wir können geben dass wir vierte ja ich will ich denke an die brechen ab und werden hier noch rein schießen oder ja wahrscheinlich aus und schießt zurück ich dachte ich die zwischen haben wenn du bock hast ja hat die und keine ich bin nicht kacke aber ich habe spaß aber muss fairerweise auch sagen die leute hier sind master hier bis master das ist ja gar nicht meine jubel zollte player und schnell wieder sogar medica sprinter nicht ein millioner verlor mitgehen dadurch geht gleich bei es sowieso wir hatten mal zum spaß leider echt schlecht im farm also es ist für dich also ich hätte so ein bisschen angst jetzt auch in der ersten runden weil das ist halt leute gegen die wir spielen sind halt echt gut du hältst dich so hört ihr es gut das sind echt gut erzählen mir nehmen wenn du willst da das kein ding was dir das bringt die platte brauchst du nicht er hat sich schon genommen das ist schon zu spät ja sehr gut da jetzt geht es wieder und dann kannst du machen das kannst du machen er hat kein fleisch er hat kein fleisch er deckt nicht von base Guck dir an, wie clean ich das hier spiel. Guck mal, wie die echten Minions. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, dass sie es vielleicht wissen. Nee, die wissen gar nichts. Guck mal da, du. In pain. Weil ich es aber auch so gut runtergespielt habe als Minion. Ja, also wie der echte Minion. Ich stehe hier die ganze Zeit nur so halb weg. Jungler kann hier sein, Dalu. Ja, der kann immer noch da sein, müsst ihr aufpassen. Ich kann da jetzt Topseite checken, ob er da ist. Ja, wir sehen die Mitte, Mitte, Mitte. Wo gehen wir jetzt hin, Brögi? Du kannst erst mal pushen auf die Botwave aus. Dann würde ich schon mitgehen. Du kannst auch schon mitgehen. Du kannst mit auf mich warten. Komm, 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 komm. Oh, ich war auf eine Worte. Ich war auf eine Worte, leider. Ich komm auch, ich komm auch. Er hat mich gesehen, aber ich komm trotzdem mal rein. Ich glaub nicht, dass er sterben kann. Ich weiß nicht, hier ist auch eine Kindle irgendwo, ne? Ich hätte den danach shoppen sollen, scheiße. Ist das eigentlich hier so? Weißt du, ich kann mich dreimal diven? Ist das schade? Wenn du tankst, Freddy? Dann hat keiner holt mehr. Ich will nichts sagen, aber da kommt eine neue Minion-Welle. Ich geh botlen. Schönes Ding, Team. Ich glaub, diesmal checkt er es wirklich nicht. Nein, 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 die checken das gar nicht. Die Mode hat er auch nur so gepostet. Bist du dir kommt? Bist du dir kommt? Bist du dir kommt? Ja. Okay, dann sag, du rede nicht mit mir. Ey, ich war grad im... Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich war so low. Seiner low? Seiner von uns low? Nein. Doch, du. Ich bin low, doch. Ja, ja. Ich hab nur wenig. Nein, ich bin unter dem. Nein, ich bin unter dem. Oh nein. Ich hab mich gebubbelt. Die war halt echt clean. Ruck, ihr bench mich. Schwein. Eins. Wir brauchen zwei. Wir machen jetzt mal was. Ja, warte denn. Das ist jetzt sehr wichtig. Nee, 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 komm mal her. Okay. Wir töten den jetzt kurz. Sollen wir in deiner Mitte auch noch holen jetzt wieder? Äh, du kannst bitte gehen, ja. Ich pushe unten die Wave durch. Und vielleicht hättest du in der Mitte sogar Solo um. Who knows? Das war eine gute Teamleistung. Krass. Nee, jetzt wird noch was wichtiges. Jetzt komm noch mal her. Jetzt wird es wirklich wichtig. Jetzt sind die Wave hier. Ja, der ist ja mit 11, ne? Okay. Willst du ihn einsteigen lassen, oder was? Wollte ich, ja. Jetzt bin ich aber dumm. Oh, du hast ihn getötet. Jetzt tut mir so leid. Jetzt bist du leider auch. Ich wollte weggehen. Ich wollte doch weggehen und einfach brennen. Und dann sagst du nein, Dennis, jetzt ist wichtig bei mir. Jetzt kommt was Wichtiges, ja. Das ist immer so, Bram. Es wär so wichtig gewesen, Mann. Es wär so wichtig gewesen. Ich war so gut auf der Lane. Und dann kommst du. Aber Bram, ich hab, ich zeig dir jetzt was ganz Tolles. Du gehst jetzt schon wieder runter. Ja. Also wahrscheinlich, gehst du wieder Mitte? Okay. Ja. Ich würd voll gerne. Ich würd voll gerne. Bitte chillen. Aber die frechen Wichser pushen die Box. Dann gehen wir jetzt Box zusammen. Ja. Du willst ihn unbedingt Auto fahren lassen, ja? Ja, will ich. Na, mach das, mach das. Ich hab dann bei Wreckfest gesehen, der Mann ist geboren fürs Auto. Ah, die Eins hat er uns geholt. Soll ich wirklich alleine Mitte spielen, oder was? Nee, ich komm jetzt dazu. Also hier ist die Kindred, der gerade die Dings gemacht. Nee, die ist gerade noch tot. Warum ist denn dann der Item verschwunden auf der Map? Weil das irgendwer anders genommen hat. Ich mein aber das da. Ich bin ready für Action da. Aber das Kindred, wenn du was findest. Ja, ein Zwei-Kindred-Dinger. Einfach von uns. Genau, wenn das Camp gemacht wird, dann geht's heutisch weg. Mal hier Jungle. Ja, wenn du das... Ja. Pass auf. Ich mach jetzt den Blue und dann komm ich zu dir, ja? Oh oh. Ich werd dir jetzt gleich den Harald stellen. Ja, kämpfe, kämpfe. Und dann möchte ich, dass du in den Harald einsteigst und auf den gegnerischen Turm bist. Okay. Geht also gleich einfach auf den Turm drauf, ja? Ja. Ja, also ich stell den Harald, dann musst du auf den draufklicken. Dann channelst du, dann steigst du ein. Und dann versuchst du diesen Turret hier zu hiten, ja? Oh, toll. Komm mal her. Ich hab mega gegen die Wand geprotokiert. Mit dem Schlüssel. Jetzt geh rein in den. Du musst auf ihn draufklicken. Ja, ich klicke. Malwitz. Geh auf ihn drauf, genau. Und jetzt in die richtige Richtung. So geht das. Ich fände einfach im Satz abricht. Wunderschön. Ja, das war jetzt, also... Aber hier gibt es, hier gibt es, ich verkauf ihn noch nicht. Stark. Ich weiß noch nicht. Ja, Wohlkett hat er Arbeit gemacht mit. War er gemeinsam hier. Du probierst doch auch wieder zu viel. Nachdem Driftwerter Herr brammen... Wirklich nicht... Ich wusste nicht mal, dass das geht. Gar nicht mehr so weit... Du hast unsere Windcondition, den Harald, gegen die Wand gefahren. Ich wusste, ich wusste nicht mal, was ich mache. Du solltest in... Ich hab dir gesagt, Schritt 1, ich stell den Harald. Schritt 2, du fährst ihn in den Turret. Okay, pass auf. Du hättest auch genau so gut auch sagen können. Schritt 1, äh... Keine Ahnung... Ich plötzlich nenne es, Schritt 2 Profit. Dankeschön. Ja, wenn ich jetzt weiß, dass man da rein kann... Das war mir nicht bewusst, dass diese Funktion überhaupt existiert. Ja, schau, jetzt weißt du es, ne? So, So, sollen wir das mal machen? Ja, dann machen wir, oder? Ja, 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 ja. Wir wollen auf jeden Fall in Driftwerken. Der Smolldogan ist auch relativ gefiedelt, ne? Und die kriegen grad ne Menge so Bounty-Zone. Wir müssen raus, wir müssen raus, Jungs. Wir müssen auch was, ne? Komm, ich komm, ich komm. Komm mal. Ich verkaufe das. Ja, 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 jetzt, 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 jetzt. Oh mein Gott, Dalek. Ich hab mich verkauft. So nice. Mir kommt nichts verraten. Oh oh. Da ist er. Was man in diesen Harald rein kann, Alter, woher soll ich das denn wissen? Gesunder Menschenverstand. Ja, natürlich. Gesunder Menschenverstand. Warum kann ich denn in die Krabbe nicht rein? Ja, natürlich, weil die zu klein ist. Ach so. Aber der Harald ist voll groß. Okay. Nee. Das ist halt bestätig. Also, dass du sowas nicht realisierst, ist halt frohlich. Ja, ich weiß. Das ist echt ein absolutes Mist. Also, das ist wirklich ein No-Go für mich, ne? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ich brauche erstmal ein bisschen. Ja. Ne, verstehe ich. Ich brauche auch. Die Zeit teilt alle Wunden, nicht wahr? Ja, bin ich mir nicht sicher. Manchmal nicht. Ja, haben wir wirklich. Wir brauchen einfach im Sonderangebot. Ne, was habt ihr Schönes gemacht? Wir haben nicht verkauft worden. Seid ihr tut mir aber wieder anspannen, weil das Game ist jetzt irgendwie wieder knapper geworden, ne? Ja, das liegt daran, dass du, als wir 22,5 geführt haben, du dir dachtest, das war so krass, wir können ja einen auflocken, Mann. Aber du musst immer hardtryen. Meine Brillanz wird unterschätzt, ja. Der wundervolle Harald-Fahr-Move. Der war mega, wenn du mir vorgesagt hättest, dass man Autofahren ist, wäre der 10 von 10 Move gewesen. Knechti, mach das. Ähm, können wir jetzt umfalten? Ja, also ich bin, ich habe keine Ohren mehr, aber ich habe alles ansonsten. Keiner Strong, ja. Was ist das für ein Kind? Ja, das ist, ich glaube, bei Spirit Blossen. Oh mein Gott. Euer Kind, bitte. Es ist, es ist tatsächlich Spirit Blossen tatsächlich, ja. Ist richtig. Ähm, Primenfatti hinten, ne? Ist die stark, ey? In no way, denkst du das klappt? Ich zeige auch von hier. Ähm, Dalu. Ja? Moving, moving. Wo Ult in 5? Ihr lebt ja noch beide, ist ja verrückt. Ulke hat noch Ul, das gewinnen wir. Oh! Ulke auch mal rein holten jetzt. Oh, Ulke, wir zwei, ne? Oh, wir zwei. Hier. Dass wir das überleben, ist crazy. Ich habe meinen Ehr gemüß, ich bin keinig berührt. Was mit den Camels? Okay. Wollte ich natürlich absichtlich. Ja, nein. Ich bin keinig berührt. Game ist gar nicht mehr so free, ne? It's not that easy. Yes, yes, yes. Wir sind auch bei der 1 gerade auch. Muss man aussehen. Da ist die 2. Ja, aber wir haben ein Win. not the luckiest website die go not so lucky ist was ich habe nicht gelesen natürlich geschrieben aber es hat also ja weil wir halt beide mit einem leben heraus ich geboren ich hole den nexus ich habe damit ich auch gerne genommen ja bock zu machen ich brauche dafür zu lange dass er kindred mit an der marke dran und ich habe die kinder sehen sollten wir holen kommt dann über geht feiten gehen noch sind fünf er ist eine absolute rufen wenn die nation abtp schießen wir erst hier beschehen ach du scheiße ist anders gar nur raus du bist dringend rennen wenn du stirbt oder der monster timo gut dass du nicht mehr auf das bedeutet wenn ich weiter nach vorne ja okay wir gehen wir machen jetzt nicht du machst du machst hier in den schulen da und schulen und dann gehen wir zu den ich kann nicht warum sollte ich denken dass ich da bin tot bin fast tot ich würde die durch leute das ist bei uns so sorry dass ich hier bin nein tim hat nicht so viel gragas experience darf ich rein ich habe ein problem okay das war ein geiler tot ich wollte ich war gerade noch am pizza essen wollte absetzen das war richtig ich kratze aber ich wollte nicht immer noch den drape zu arrogant ich habe so hunger vorher ist so was ja 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 ich dachte ich bin ich dachte ich komme liegt durch gut gut durch und dann kommt vorgest und dann setze ich mich in den rucksack und esser weißt du also alles wie bisher bei vielen sachen versteht zeug den spaß aber nicht beim essen ich habe echt nicht ich habe nicht mal hingehört weil ich so oft nicht aufgepasst was er gesagt hat gar nichts hast du gesagt okay was sagt dir also soll ich gebratene nudeln nein so eine pokeball ja und noch so ein lachsmenü ja weiß ich nicht nicht gut da das ding gut bezahlt und wir haben noch bis 21 45 auf würde die noch bestellen wenn doch eine halbe stunde offen haben ja nein ich würde auch noch nein ich würde auch noch bestellen wenn die noch drei minuten offen hätten aber das ist sehr dumm ich glaube die spucken dann schon in also wie ich jetzt nicht unterstellen aber also ich glaube ich will sich unterstellen aber ich glaube ich wollte den kiff nicht haben den einen wollten denn nur noch mal bei aber ich glaube halbe stunde vorher wäre ich noch mehr fein mit als so zehn minuten vorher 10 minuten vorher absolut elendet sie wollen ja auch geld verdienen wahrscheinlich also vielleicht freuen sich ja jederzeit muss kann man nicht machen warum nicht das ist doch nicht also ich finde eine halbe stunde davor geht gerade so die machen doch das ist doch nur liefer schluss ja noch nicht geschlossen ja meinst du nicht dass die die jürgen so schon ein bisschen früher wenn die um 22 meinten die machen um 21 45 machen die zurzeit für die stadt für das das klingt in der tat gar nicht so dumm deswegen habe ich damit auch kein problem um 21 45 anzurufen weil die küche ja eh noch da habe ich ein problem darüber nachgedacht man hätte so anders aussehen können aber wenn du um 21 45 anrufst dann hat ja der lieferdienst ja geschlossen das heißt da muss ja einer länger machen wahrscheinlich nicht wahrscheinlich in der regel gehört ja die leute von lieferdienst sind ja auch teil kellner oder sonst irgendwas ich kann nicht ich muss unsichbar bleiben jetzt kann ich raus ich hätte dir einfach mal macht ein ding da bis in dektoren immer schön für mich musst du auch nichts zu essen bestellen ich habe gar kein problem wenn er nicht wusste ich bin tot ich habe schon bestellt wo ich habe ich habe direkt bestellt die hoher alles schön der geht man dann müsste dir jetzt richtig auflaufen schade okay peinlich peinlich wieder nicht gesonnen erst weil ich zu arrogant bin und dafür mit dem media kurs bezahlt wenn ich eigentlich ich bin dieser ist einfach der ist auch richtig gut akte so warten kurz wenn man jetzt einfach wir machen jetzt strategisch das spiel das heißt was wir jetzt machen also du musst was sehr gut wäre wenn du diese schubs die du hast weiter ausbauen würdest und wir wollen jetzt dann den nash machen zusammen aber mach erst mal deine falle ich kann ihn auch machen oder wir kriegen alle ja du musst warten bis das richtige ziel an dir vorbeikommt noch nicht die pilz werfen während ich bleibe dabei getan wenn du einen pilz wirfst dann bist du aufgedeckt oh mein gott sagt mir das klappt nicht bitte nein es klappt das und er läuft auch noch raus das ist ja so frech das ist ja so alles daran ist ruhig meine eltern ich sag der drache über irgendeine wand wegfliegen wollen mal sehen welche nicht mit uns aber ich bin ja ich bin 05 unser team ist eine comeback ich habe gelassen irgendwie habe ich helfen beim ersten doch wenn ich so gut warum nicht seine eigene kriegt dann hast du nicht bekommen das war ich als du verkleidet ich schaffe ich so noch schon mit der stanz wahrscheinlich ja ich habe schon sehr wie knapp vorne das ist aber schon stärker geworden es gibt version von der st richtig strom und finde ich es gibt einen der macht so überraschend viel damage ja also es gibt einen der macht einen so attacke wenn du die nicht deutsch der klatsch dich wirklich komplett aus dem lieben der brennt auch du hast den du hast den nein ich wollte 4300 ich kann nicht mal zum sonja nutzen sag mal bram kannst du bitte aufhören spaß zu haben beim league spielen ich mach das mehr so wie warum du darfst wirklich nicht so viel spaß haben das werden wir sonst bereuen mit dem irelia debüt nächsten aber gibt dir den meisten schaden auf jeden fall ja soll ich mir nicht hier bösartigkeit holen wer ist das ding heute darf brauchst du als nächstes ganz klar die haben sehr viel mächtig ist es ist die gegner wenn du dir anschaust okay wenn du mir das sagst dann höre ich darauf ist jetzt noch kein fehler der damage brücke tonne 1 ist schon sehr balanced haben kommt noch mal was wir endest du gerade soll ich nicht ja doch naja doch klar aber ich habe ein fall gespielt muss sagen und gg die zwei wird eingetragen wird gar nichts eingetragen ja kommt wie die drei weg ja du brauchst ja die drei noch ja sag ich ja zwei allein ist nämlich nichts wert im back freeback ja gut da du klasse spieleführer bram auch da bram hat gecarrie würde ich auch sagen ganz stark war das ja bis ab ab da ja ein das und